Moin Moin, ich bin es nochmal, der Wolfgang aus Flensburg. Zuerst, hallo Jürgen, ich habe Sie mit dem Tabak, den du mir geschickt hast, ich habe das gute Stück das erste Mal entzündet und ich will es auch ganz kurz machen. Ich wollte dich und natürlich alle anderen voller Begeisterung daran teilhaben lassen an den ersten Zügen und Jürgen, ich trinke einen schönen Whisky zu einem schönen Tee auf dein Wohl voller Dankbarkeit und es ist einfach herrlich. Deswegen auch nur ganz kurz diese knappe Minute. Ich bin so begeistert, es ist fantastisch. Der Virginia ist ein sehr leichter, sehr süßer Virginia, aber dieser Flake in dieser Pfeife einfach toll. Ich zeige sie euch nochmal. Ich bin so begeistert, aber jetzt mache ich Schluss, damit ich in Ruhe weiter mein Pfeifchen schmücken kann, ohne was anderes zu machen, ohne zu sammeln, ohne was dabei groß zu denken oder zu erzählen. Ich wünsche euch was und ich hoffe, es gefällt euch, mich hier so begeistert zu sehen. Tschüss!